Der Präsident ist tot, mit mir redet keiner mehr. Mir redet keiner mehr rein. Hi Digger, ich werde die neue Waffe einsetzen. Habt ihr schon wieder abneuert? Hey, warte! Cloud! Alle, es tut mir leid. Aber... Du wirst kommen, oder? Ich weiß. Hey! Ich übergebe euch das Schiff. Ich gehe nach... Ich gehe nach Midgar. Okay. Kehrtwende... Und Abflug. Also, ich muss sagen, in diesem Moment ist das episch. Ein wirklich epischer Moment. Wir haben Midgar erreicht. Zelt, wenn wir es dahin schaffen. Midgar steht unter Kriegsrecht. Wir schaffen es nie, uns in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten. Hey, wozu haben wir wohl die Highwind? Wo sind wir jetzt? Hm, wo sind wir? Wenn nicht zu Land, dann durch die Luft. Okay, wir springen mit Fallschirm über Midgar ab. Ausgleichen mit Fallschirm. Also los! ¡Gracias por ver! 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 Moment, ich muss mal kurz Clouds Materie ansehen, weil ich verliere ein paar Fassungen. Okay. Eine Doppelfassung ist nicht weiter die Welt. Aber um nichts in der Welt werde ich die beiden Drachen hier ablegen. Alles klar. Das hat sich gelohnt. Und wir klettern und klettern wieder. Oh, jetzt Bombing Mission. Das ist, glaube ich, einer der besten Momente hier. Da oben ist noch eine Drohe. Aber das hier alles noch zu holen geben wird. Ich weiß nicht, dass das... Aber wenn die Drohnen alle so weit weg sind, sind dann... Hol ich die im Offscreen. Mach die Kamera wieder an, wenn ich da bin. Und auf den Offscreen zurück. Ja! Sauber. Äh! Gemeinheit. Okay, dann muss man halt über das Rohr hier klettern. Irgendwer will wohl nicht, dass ich hier reinkomme. Ich bin die Patze. Oh, wie süß. Jaffi, bitte. Oh, weil ich könnte... Mal langsam Heilung vertragen. Damit hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ich habe es nur in Diamond Weapon verdammt, weil der so stark aufgeladen war. Und sorry, dass ich ein Silver Weapon genannt habe. Aber der Weifer des Gefechtes... 1 und 2 durfte ich ausreichen. Ach, das war es schon. 203 Millimeter war das. Die können ja ordentlich was... reinhauen. 2. 304 Millimeter war das. Durch die beinkelten Gassen von Midgar. Truhen, 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 yeah Juhu Ich bin heute nicht überrascht Ganz ehrlich Hallo, Freunde Na, verdammt So ist das Gamepad Was zum Was war das denn Ähm Was hab ich da eben gemacht Halt Das ist normal Ich bin normal Schlimm mit dem Tonabel Das war sauknapp Das war eine Oh man Ehm Ob frage Wee 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 Soph Wee A